Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Dragon's Dogma 2. Heute, ihr habt es am Titel schon gesehen, geht es um die Laufbahn und welche Laufbahnen es gibt, wo ihr die findet und was die Laufbahnen können. Wird also ein etwas längeres Video, denke ich, aber ich würde sagen, wir starten auch direkt rein, damit wir keine Zeit verlieren. Da gehen wir direkt mal hier zu den Laufbahnmanager in den Club hier und reden mal hier mit dem Klaus. Und bevor ich jetzt hier reingucke, das ist natürlich ein huge Spoiler, Leute. Wenn ihr noch nicht so weit seid und das nicht sehen wollt, dann schaltet jetzt ab, weil hier zeige ich euch A, alle Klassen und B, wo ihr die alle bekommt, wenn ihr dann nicht gespoilert werden wollt. Packt das Video auf die Watchtime für später ansehen und guckt es euch später an, wenn ihr dann nicht mehr gespoilert werdet. Also, Laufbahn wechseln. Insgesamt gibt es 1, 2, 3, 4 Klassen zum Start und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Klassen, die ihr dazu noch finden könnt. Wichtig, eure Vasallen können nur die ersten 6 Stück erlernen. Das bedeutet, die ersten 4, die ihr sowieso habt und dann die ersten beiden Krieger und Erzmagier, die ihr findet mit einer Quest lang, komme ich gleich zu. Also, wichtig, der Vasall, den ihr dabei habt und auch alle Vasallen, die ihr findet und wegschickt und so weiter, können nur diese 6 Klassen haben. Und nur euer Hauptcharakter kann mystische Klinge, magische Bogenschütze, Illusionist oder Kriegsmeister werden. So, die ersten 4 habe ich schon angeschnitten. Die habt ihr vom Start weg. Kämpfer, Bogenschütze, Magier und Dieb. Die, da brauche ich nichts zu sagen, die habt ihr halt einfach vom Start weg. Krieger und Erzmagier bekommt ihr eigentlich auch direkt am Anfang, sobald ihr in der Hauptstadt wären, Wot seid. Weil, also wenn ihr das erste Mal hier an diese Gilde geht, kriegt ihr eine Questline, wo ihr ein Magierstab und ein Schwert besorgen sollt. Diese beiden Gegenstände findet ihr hier oben in der Höhle. Ich glaube, es ist die Trevomine, aber schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ist bei mir schon ein paar Tage her, aber ich meine, es ist die Trevomine, aber nagelt mich nicht darauf fest. Aber ihr habt es durch eine Questline, ist der Gilde sowieso mit einem Marker markiert, in welchem Mine ihr hier müsst. Bin mir aber ziemlich sicher, dass die Trevomine war. Da werde ich euch jetzt nicht genau den Standort sagen, wo die Kisten in der Mine sind. Lauft einfach durch die Mine. Das findet ihr eigentlich relativ easy. Das ist von allen Klassen, die ihr so finden könnt, eigentlich das Einfachste, weil es mit einer Questline verbunden ist. Bei der nächsten Laufbahn wird es schon etwas kniffliger und da müssen wir dann jetzt auch ein bisschen laufen. Und zwar ist es die Mystische Klinge. Die werde ich jetzt hier auch einmal auswählen, um euch die einmal zu zeigen, weil die Mystische Klinge hat ja diesen Zweihänder, diese Doppelklinge. Die ist ganz cool und da glaube ich, wollen die meisten Leute diese Klasse haben. Übrigens ist das Ganze natürlich chronologisch aufgelistet, in welcher Reihenfolge ihr die als frühestens im Game bekommen könnt. Und Mystische Klinge ist nach Erzmagen, ja und Krieger meiner Meinung nach, obwohl die könnt ihr eigentlich auch noch früher holen, aber das werdet ihr gleich selber sehen, bekommen. Also Mystische Klinge. Mystische Klinge, vielleicht ganz kurz einfach nur angestellt. Ein paar Attacken, ich meine ihr habt halt diese Doppelklinge und ich will auch nicht zu viel spoilern, aber es ist so eine Mischung aus einem Schwertkämpfer und Magier. Meine Lieblingsattacke ist diese hier, wo ihr einen Schuss aufladet und den dann abschießen könnt und mit relativ viel Reichweite hat. Aber richtig viele coole Attacken, war eine Zeit lang echt meine Lieblingsklasse. Und die bekommt ihr relativ easy. Wenn ihr das erste Mal hier in der Hauptstadt seid, habt ihr auch eine Questline, dass ihr zurück in das Dorf Melve sollt. Melve, ihr erinnert euch, findet ihr hier. Dort wart ihr und habt Ulrika kennengelernt und so weiter. Und da müsst ihr zurück. Das könnt ihr ganz einfach mit einem Ochsenkarre machen, den ihr hier im Norden aus Wernwod nehmen könnt. Den nehmen wir auch einmal. Ich fahre einmal hin und dann zeige ich euch ganz genau, bei welchem NPC ihr diese Klasse bekommt. Angekommen. Ich habe natürlich einen Ochsenkarre genommen, um mir das einfacher zu machen. Wenn ihr das erste Mal hier ankommt, dann werdet ihr auf einen Drachen stoßen mit Pestbollen. Also macht euch da auf jeden Fall bereit. Ich habe das damals mit dem Bogenschützen gemacht, das war relativ easy. Aber ihr solltet euch auf jeden Fall darauf einstellen, dass da vorne ein Drache steht und den müsst ihr dann bekämpfen. Wenn ihr das gemacht habt, dann werdet euch im Kampf vielleicht schon aufgefallen sein, dass so ein Zweihand-Doppelwaffen, ich weiß nicht wie man die Waffe nennt, so ein Stangenwaffentyp mitgekämpft hat. Und den NPC findet ihr dann hier außen an der Schlucht. Ich glaube der ist bei mir natürlich nicht mehr da. Schade, ich würde es euch am liebsten zeigen, wo er genau stand. Aber hier außen steht er dann, hat genau diese Waffe. Den könnt ihr dann anladern und dann bekommt ihr die laufbaren mystische Klinge. Die nächste Klasse, die ihr bekommen könnt, ist der Illusionist. Den habe ich tatsächlich auch noch gar nicht gespielt. Deswegen werde ich den jetzt hier mal nehmen und wir werden uns den zusammen sogar anschauen, was der genau kann. Es gibt natürlich auch immer wieder eine Trophäe, wie ihr oben gesehen habt, für jede neue Klasse, die der bekommt. Also wer die Trophäen haben will, es lohnt sich auf jeden Fall. Die Waffen, die Attacken hier nehme ich einmal mit. Wie gesagt, den habe ich auch noch gar nicht gespielt. Da bin ich jetzt auch gespannt, was er kann. Okay, er macht so Rauchattacken, täuschen dabei Rauch. Lull, das ist ja witzig. Okay, hervorrufende Essenz, können wir uns auch nochmal anschauen. Oh, guck mal, er holt einfach den Recken so einmal sich selber. Kann bestimmt ganz cool sein, wenn man den hochlevelt. Werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Täuschungsauflösung. Okay, ich kann euch leider nicht mehr Attacken mitreißen an der Schleier. Nicht alle Attacken zeigen, weil ich den leider nicht auf 9 habe. Wie gesagt, habe ich gerade 1 auf bekommen. Aber den kriegt ihr auch relativ früh im Game. Sogar sehr, sehr früh. Und zwar könnt ihr dafür mit dem Ochsenkarren Richtung Westen aus Wernwot rausreisen. Weil wir müssen jetzt einmal ganz hier rüber nach Ruhestadt. Oder wie ich es immer nenne, Unruhestadt. Der eine oder andere wird wissen, was ich damit meine. Setzen uns einmal hin. Fahren natürlich dann mit dem Ochsenkarren dahin. Und ich hoffe, es kommen keine Gegner. Weil ich habe keine Waffen mit dem Illusionist. Also hoffe ich mal, dass da alles reibungslos läuft. Ich bin in Ruhestadt angekommen. Ich habe mal die Klasse gewechselt, weil könnte es sein, dass ich gleich ein bisschen kämpfen muss. Wenn ihr in Ruhestadt angekommen seid, dann natürlich umschauen und alles erforschen. Aber wenn ihr hier schon mal wart, dann werdet ihr den Weg hier hoch kennen. Und das Tor zu Batala. Batal. Zu Batal. So heißt die Region. Und dort kommt ihr nicht einfach durch. Entweder müsst ihr euch mit einer Mission da durchschleusen. Oder ihr könnt auch mit einer Kutsche, die hier mehrfach lang fährt. Reinschmuggeln. In meinem Fall komme ich einfach durch, weil ich bin schon relativ weit im Game. Und kann hier durch. Es gibt auch die Möglichkeit, den Typen über die Brücke zu werfen. Und den loszuwerden. Aber wichtig ist, ihr müsst durch dieses Tor kommen. Dafür könnt ihr eine Maske benutzen. Die kriegt ihr unten in Ruhestadt. Ihr könnt, wie gesagt, so eine Kutsche nehmen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber hier müsst ihr auf jeden Fall einmal durch. Ich hoffe, das war verständlich. Weil eigentlich ist das... Also wenn ihr die Story durch habt, dann kommt ihr sowieso durch. Wenn ihr sofort am Anfang da durch wollt, dann müsst ihr euch halt durchschmuggeln. Wie ich gesagt habe, mit einer Kutsche. Und wenn ihr hier seid, dann seid ihr in der neuen Region Batal. Und an Batal, habe ich hier schon eine Markierung gemacht, müssen wir genau zu diesem Punkt. Dem Schrein der Andacht. Das ist relativ kurz, sage ich mal. Einen Ochsenkarren zu nehmen, würde nichts bringen, weil der bringt euch bis hier unten hin nach Bagbatal. Deswegen renne ich da einmal hin und zeige euch ganz genau, was ihr da machen müsst. So, ich bin endlich angekommen. Das war echt viel Arbeit. Da waren viele Elite-Mobs auf dem Weg. Aber ich bin angekommen. Hier habt ihr da hier so ein Tempel. Und dort findet ihr auf der Treppe eine Illusion. Und diese Illusion müsst ihr einmal ansprechen. Da ist sie schon. So eine kleine Omi. Und einmal auch bezahlen. Und wenn ihr das gemacht habt. Ich glaube, ich darf das sicher machen. Ah doch, kann ich wohl. Kann ich es nochmal? Ja. Hier eine Gebühr bezahlen. Ich sitze genau davor. Und 50 Gold. Dann sagt ihr euch, was ihr in der Questline, die ihr gerade aktiv habt. Oder eine Random Questline. Genau, das ist bei mir hier der Phantom Ochsenkarren machen sollt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann macht ihr Abbrechen. Und dann kriegt ihr den Illusionist freigespielt. Die nächste Klasse. Bitte Leute, lasst mich nicht nochmal zurück nach Während Wod jetzt laufen. Ich laufe jetzt hier direkt weiter. Ist der natürlich der Magie Schütze. Und der Magie Schütze, der ist. Ich habe in meinem ersten Moment gedacht, der ist kacke. Aber der ist richtig, richtig gut. Ich werde euch das einmal demonstrieren. Bei einem Gegner. Zum Beispiel hier vorne links habe ich gesehen, war ein Drache. Den könnte ich mal gerade killen. Und euch ein paar Schnipsel reinschneiden. Der Magie Schütze gilt so als der stärkste. Die stärkste Klasse, was den Schaden Output angeht. Nicht unbedingt, was Mobility und allgemein so damit einhergeht. Aber ist auf jeden Fall mal die stärkste Klasse, die am meisten Schaden raushauen kann. Und hier haben wir gerade einen Drachen. Und was ihr halt machen könnt, ist sowas hier. So Suchende. Seht ihr, ihr könnt alles angreifen. Und guckt oben auf die Leiste. Der macht wirklich richtig, richtig viel Schaden. Selbst gegen so einen Drachen. Und diese Fallsuchenden, vor allem wenn ihr den auf Level 10 habt, sind richtig, richtig stark. Für den Magie Schützen müsst ihr nämlich hier hin. Haus des Windwanderers. Und da kommt ihr gar nicht so einfach hin. Weil wenn ihr endlich mal im Bagba-Tal angekommen seid, müsst ihr hier weiter nach Süden den ganzen Weg lang. Durch Drahtnirs Grotte durch. Und wenn ihr dort angekommen seid, dann hier den Weg hoch und werdet genau hier einen kleinen Mann finden. Einen Magier, dem der Rücken weh tut. Und dem müsst ihr drei Wildblumen geben. Die gibt es hier überall in der Obgebung. Die solltet ihr auf jeden Fall kriegen. Und dann könnt ihr mit ihm in sein Häuschen hier gehen. Ihr müsst auch nicht warten, bis er endlich da ist. Sondern ihr könnt auch ein bisschen vorrennen. Wenn ihr hier angekommen seid, müsst ihr seine Quest annehmen. Und dann mit ihm zusammen nach der Vulkaninsel lagern. Wenn ihr dort angekommen seid, kriegt ihr die Laufbahn Magie-Schütze. Und damit die wahrscheinlich stärkste Klasse aktuell im Game. Und die letzte Klasse, die dann noch offen ist, ist der Kriegsmeister. Da können wir auch gerade mal reinsteigen. Und der Kriegsmeister hat eine Besonderheit. Und zwar kann der Kriegsmeister von vielen verschiedenen Klassen die Waffen tragen. Ihr seht schon, ich trage hier gerade diese Doppelstangen-Waffe. Und das ist das Besondere am Kriegssein. Der kann nichts wirklich sehr gut. Aber der kann viele Sachen ein wenig. Und hat dementsprechend auch die Fähigkeiten. Ich habe den Kriegsmeister auch noch selber nicht gelevelt. Wird auf jeden Fall auch eine sehr spannende Klasse sein. Und ich gehe mich jetzt eben einmal heilen. Und dann zeige ich euch und sage ich euch, wo ihr den bekommt. Ich habe das extra in dieser Reihenfolge euch gesagt. Weil wenn ihr das erste Mal endlich mal hier seid, auf der Vulkaninsel Lager, könnt ihr auch direkt dort die letzte Klasse bekommen. Und zwar den Kriegsjahren. Dafür müsst ihr hier oben in die heißen Quellen. Und dort sitzt ein Mann, der euch eine Questline gibt. Ich werde jetzt da nicht extra hinlatschen. Ich könnte dafür eine Reisemedaille ausgeben. Ich habe hier ein Zielkristall. Aber ihr wisst, wie teuer das ist. Obwohl, ne, wisst ihr was? Ich zeige euch das. Damit ihr genau wisst, wo das ist. Wir reisen da mal eben hin. Und dann gucken wir uns an, wo der Typ normalerweise sitzt. So, hier angekommen. Wie gesagt, hier oben. Und dann sitzt der Kollege hier unten. Ich will dazu nicht zu viel spoilern. Das ist auch eine Questline, die ihr euch selber durchlesen könnt. Aber der will drei Milch haben. Und die Milch zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Dafür müsst ihr nämlich dann wieder den ganzen Weg zurück nach Backe. Akbatal. Und dort euch die Milch kaufen. Wie das Ganze geht, werde ich euch natürlich auch wieder zeigen. Und ich werde nochmal einen Reisestein nutzen, um da einmal zurückzureisen. Und wo ihr hin müsst, ist hier Verkaufsstand von Higgs Taverne. Da könnt ihr vom Karrenstation einfach einmal hier hochlaufen. Und noch eine zweite Sache ist wichtig. Und zwar braucht ihr den Helm hier, der euch in ein Biest verwandelt, um die Questline dort vorne, also um die Milch zu bekommen. Die, falls ihr das nicht wisst, die Beastmaster bekommt ihr in Ruhestadt vom Ibrahims Kuriositätenladen. Dort könnt ihr den kaufen. Dort gibt es auch ein paar Questlines, aber solltet ihr wahrscheinlich schon haben oder kennen, wenn ihr soweit schon seid. So, soweit so gut. Ich laufe einmal hier zu Higgs Taverne. Dort müsst ihr nämlich einen Sack nehmen und den vor Higgs Taverne platzieren. Der ist auch direkt daneben. Kann sein, dass er bei mir nicht mehr da ist. Dann kann ich euch das leider nicht zeigen. Aber hier ist normalerweise so ein Sack. Den könnt ihr nehmen. Also es ist... Ich gucke gerade, ob der woanders ist und nicht wie ich mich vertue. Aber ne, der müsste eigentlich direkt daneben stehen. So zwei Säcke müssten hier stehen. Die könnt ihr greifen, nehmen und hier reinstellen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann werdet ihr von einem Dude, der hier steht, angesprochen und in den Laden gebracht. Der Laden ist dann hier oben drin. Und dort könnt ihr dann die Milch kaufen. Ich habe jetzt schon Zugriff dazu. Und der hier verkauft euch dann Milchlikör. Ist keine Milch, es ist Milchlikör. Da holt ihr euch drei Stück von, kostet 50.000. Und geht damit dann zurück zum Kriegsmeister. Lass mich bitte nicht noch eine Münze verbrauchen, um da wieder hin zu laufen, hin zu porten. Dem gebt ihr dann den Likör. Und dann habt ihr die letzte Laufbahn freigeschaltet, den Kriegsmeister. Junge, das war ein langes Video. Eine Stunde Aufnahme für wahrscheinlich 10 Minuten Material. Aber ihr kennt das. Hier sind die Wege sehr, sehr weit ohne Mount und ohne Reisemöglichkeiten. Deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch. Würde mich sehr freuen. Einen Like auf dem Video. Und ein Follow auf den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Was würde euch in Dragon's Dogma 2 interessieren? Wozu soll der Loot ein Video machen? Und wollt ihr vielleicht wissen, wo man am besten Loot farmen kann? Oder wo man am besten Drachen fighten kann? Oder was es mit dem Nebel hier auf sich hat? Oder mit NG+. Schreibt es unten in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Leute. Haut rein. Wisst auf die Seite.